Musik Ein Drittel der Verkehrsunfallopfer sterben bei schweren Nachtunfällen. Doch das war gestern. Dank einer zukunftsweisenden Erfindung des Instituts für Mess- und Regelungstechnik, des Karlsruher Instituts für Technologie, läuft das bald so. Was der Fahrer noch nicht sieht, hat das Auto von morgen schon längst im Blick. Markierendes Licht tritt sofort in Aktion. Aber halt, das Licht, das ist das Ende der Geschichte. Ihr Anfang liegt hier, unter der Motorhaube. Da versteckt sich das clevere Auge des Fahrzeugs. Während ein Menschenauge nachts mit Abblendlicht nur etwa 70 Meter weit sieht, kann die Wärmebildkamera Objekte in bis zu 200 Meter Entfernung erfassen. Denn sie sieht in infraroten Wellenlängen, die das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Okay, das gibt es schon, richtig. Aber bisher funktioniert das so. Um das Bild der tollen Kamera nutzen zu können, muss der Fahrer immer wieder ein Auge auf ein Display werfen, was wertvolle Reaktionszeit kostet. Das hilft nicht wirklich. Deshalb geht die Erfindung des KIT ein paar Schritte weiter. Hier denkt das Auto mit. Unser Computer empfängt von der verbauten Wärmebildkamera Bildsequenzen in der Graustufendarstellung. Hierbei werden warme Bereiche im Bild mit einem hellen Pixel dargestellt und kalte entsprechend dunkel, wie hier dargestellt. Lebewesen wie Menschen und Tiere sind aufgrund ihrer Körpertemperatur besonders hell aufgelöst. Jedoch können auch ein aufgewärmter Straßenbelag, Laternen, Reifen oder Abgasanlagen warme und somit helle Bereiche im Bild darstellen. Für unseren Algorithmus gilt es somit herauszufinden, was im Bild Mensch oder Tier ist und was nicht. Damit das schneller geht, entfernt ein Filter erst einmal alles, was wirklich überhaupt nichts mit dem gesuchten Muster zu tun hat. Was weder passende Größe, Form, Position noch Seitenverhältnis hat, kommt weg. Folgt eine aufwendige Bildanalyse. In einer Echtzeit-Datenbank vergleicht der Computer die übrigen Muster mit mehreren tausend Modellen von Menschen und verschiedenen Tieren. Dann errechnet er die Wahrscheinlichkeit, mit der ein heller Fleck etwa eine Person darstellen könnte. Das macht er für jede übrige Form. Und das für jedes einzelne Bild, bei den 25 Bildern pro Sekunde der Infrarotkamera eine gewaltige Rechenleistung. Wurde ein Objekt im Bild als Mensch oder Tier klassifiziert, so wird im nächsten Schritt auf seine räumliche Position geschlossen. Hierbei wird die 2D-Objektposition in eine 3D-Position relativ zu dem sich bewegenden Fahrzeug transformiert und über die Zeit verfolgt. Dies algorithmisch darzustellen, war unter anderem eine Herausforderung im Projekt. Diese hat das Team anhand der Vergrößerungsraten der Objekte in den Bilderfolgen errechnet. Wächst eine Figur schnell, so ist sie nah. Wächst sie langsam, so muss sie weiter entfernt sein. Zu allerletzt muss das Programm aus Position und Geschwindigkeit des Objekts schließlich noch errechnen, ob überhaupt Kollisionsgefahr besteht. Ist dies der Fall, aktiviert der Bewertungsalgorithmus das Herzstück unserer Erfindung. Das prototypische Lichtsystem markiert das Licht im Scheinwerfergehäuse. Dort thronen jeweils drei zusätzliche, besonders helle LED-Lampen, deren Licht spezial angefertigte biconvexe Linsen zu einem sehr feinen Spot von nur 1,6 Grad bündeln. Eine Modulhalterung mit Schrittmotoren ermöglicht eine feine Ausrichtung des Lichtstrahls und so eine präzise Markierung. Der Lichtstrahl ist besonders hell und fein. Er soll markieren, aber nicht blenden. Pro Bild stehen unserem Computer 40 Millisekunden an Auswertezeit zur Verfügung, also ungefähr halb so lange wie ein Wimpernschlag. Die Lichtmarkierung warnt den Fahrer frühzeitig und lässt ihm ausreichen, Zeit angemessen zu reagieren. Bei einer Geschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde, etwa auf einer Landstraße, kann unser Gesamtsystem den Fahrer 2 bis 3 Sekunden früher auf eine Gefahrenstelle hinweisen. Diese Erkenntnis stammt aus einer von uns durchgeführten Probandenstudie, wobei 33 Freiwillige das prototypische System ausgiebig testen konnten. So erhöht intelligentes Licht die Sicherheit auf nächtlichen Landstraßen. Und wer weiß, was es in Zukunft alles entdecken wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020